Der Ansatz, Vielfalt als Chance zu erkennen, ist rechtlich verankert. Beispielsweise in einigen Antidiskriminierungsgesetzen. So bezieht sich Diversity auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG. Auch das deutsche Grundgesetz, europäisches Recht, die UN-Menschenrechtskonvention und Landesgesetze bilden das wichtige rechtliche Fundament. Im August 2006 wurde auf Bundesebene das AGG erlassen. Hier heißt es, Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Ein weiteres Bundesgesetz wurde konkret zur Gleichstellung behinderter Menschen erlassen, das BGG. Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung zu beseitigen und zu verhindern, sowie ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Dabei wird ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen. Auch auf europäischer Ebene ist Diversity rechtlich verankert. Die Werte der Europäischen Union sind, so gleich Artikel 2 des EU-Vertrags, die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. Das EU-Gesetz bezieht sich also konkret auf die Menschenrechte. In der Konvention der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948 heißt es, Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Auf Menschenrechte beruft sich auch Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Besonders wichtig im Kontext von Vielfalt und Antidiskriminierung ist Artikel 3 des Grundgesetzes. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Auch auf Landesebene gibt es zwei wichtige Gesetze, die Chancengleichheit zum Ziel haben. Zum einen das sogenannte Chancengee für den öffentlichen Dienst. Mit diesem Gesetz wird in Erfüllung des Verfassungsauftrags nach Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern gefördert. Mit dem Ziel der Beseitigung bestehender sowie der Verhinderung künftiger Diskriminierungen wegen des Geschlechts und des Familienstands. Außerdem das Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung aus dem Jahr 2014. Es fordert den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Rechte sowie explizit Selbstbestimmung, Nichtbenachteiligung, Inklusion, Partizipation, Chancengleichheit, Barrierefreiheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Achtung von sich entwickelten Fähigkeiten von Kindern mit Behinderung und die Achtung ihres Rechts auf Identität. Die meisten Gesetze finden Sie im Netz zum Nachlesen, zum Beispiel auf gesetzeiminternet.de oder auf landesrecht-baden-württemberg.de centurybäude �en des und Menschen